Backstage, it's where you get the action. Danke, Drehschluss. Backstage, hinter der Bühne, in den Garderoben. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich weiß, das Thema Corona hängt allen schon beim Hals heraus, aber es ist immer noch da. Deshalb jetzt das. Es war so, dass mein Arzt dann gesagt hat, ein bisschen Serotonin könnte Ihnen nicht schaden, weil ich ihm erzählt habe, dass ich, seit ich nicht mehr rieche und nicht mehr schmecke, einfach so ein Ausgeschlossenheitsgefühl habe. Alle anderen schmecken, riechen auch einander. Also ich rieche auch mich nicht. Ich rieche meinen Freund nicht. Ich rieche nicht Sommer und mehr. Wo man auch sagen muss, auch diejenigen, die leichte Verläufe haben, haben mitunter Long Covid. Also ich kann niemandem raten, das zu kriegen. Ich kann euch nur sagen, holt euch das Jackel. Ich habe längst meine Auffrischungsimpfung und schütze damit nicht nur mich, sondern auch euch.